Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind wieder am Schwaden. Untertitelung des ZDF, 2020 Es geht hier. Der Hennig, der Spitze müsste spielen. Beim letzten Spiel hat er nämlich gesehen, wie der direkt sieht, dass er da nicht die Bell-Partei überkommt. Da hat sich der mit dem Position ja anders gemacht. Ne. Und die Mittelstürmer aller Herrn steht. Da muss man nicht hinstellen. Immer schön drück Position dringen, ne? Fein so eine hohe Frequenz, ganz locker, Arme schön durch. Druck. Druck. Danke. Danke, das ist geil. Danke, das ist geil. Servus. Servus. So. 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 Das ist die Bremse, das ist die Bremse. Wir müssen uns erst mal arbeiten. Der Mann ist wieder gerne an und nicht so gut. Andere hinten, da wird mit der Seite jetzt noch rumgezogen. Gefahren! Niveau! 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 Aufschluss. körper körper graph Jetzt wäre er schon der Erdrecker geworden. Der Körse. Halt! 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 Zeit! Zeit, Zeit, Zeit! Ja, gut! Sehr gut! Komm, wieder! Wieder stehen! Gut! 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 Komm, links! Komm, links! Komm, links! Komm, links! Komm, links! Komm, links! Auf! Mach, du, mach, du! Jetzt! Richtig! Richtig! Komm, links! Richtig! Komm, wieder! Hin, hin, hin! Auf! 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 Rappen! Das kommt so ein Ball, da glaubst du, was der da mitmacht. Wenn er überrascht ist, dann sieht er sonst was. Aber das was er gemacht hat, hier einfach rein zu püppen und einfach nur den Punkt weiter hin zu gewinnen. Das war dann okay. Wo stehst du? Spielvermalung. Ja, genau. Das war aber geil. Du musst hier hin. Du musst hier hin. Der gewinnt. Der gewinnt. Der gewinnt. Das ist ja bei den Münchern egal wie der Kind, der hat ja ein Pömmens, der hat ja ein Pömmens. Wir haben dann ein paar Kabel, wenn er sich hier befasst, musste das können. Und weiter, und weiter! Gut spielen! Okay, sehr gut! Vor zur Pause, meine Damen! Hingehen! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Nicht zu früh, Sven! Nicht zu früh! Komm her! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig! Ruhig, Ruhig! Ruhig, Ruhig! Zu weit! Schieb rein und drehen, in den Gruppchen. Schieb rein und drehen, in den Gruppchen. Schieb rein und drehen. 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 Warte, warte, warte! Weiter, weiter, weiter! Die Peri! Hey! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wichtig! 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 Jetzt gehen wir nach! Wechseln die Schuhe an, geh ins Stadion! Ja! 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 Wir haben ein bisschen Stühelchen mit dir! Hey, halt! Vorgehen! Geh dann weiter! Geh dann weiter! Geh dann weiter! Machen wir heute aber was einfaches! Wo laufst du? Nein, ja! Im ersten Fall noch! Im ersten Fall! Also, die letzten drei Fühler im Dienst! Bauer, ganz einfach! Speziell! Latte und Posten! Ja, das stelle kann sein! Mach her! Latte und Posten! Egal ob Luft oder nicht! Stühle, Mann! Telefon! Tag unter und Zene Kore! Runde, den Schuhe! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, ich bin jetzt in Nacht. 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 Oh, ich bin jetzt in Nacht.